Die Bezeichnung dieser Art der Bildung hatte für mich eher etwas Fremdes, nicht genau zu definierendes, konservatives, ja, anrüchiges. Peter Stein kam damals mit der Inszenierung der Sommergäste in die DDR. Ich war begeistert und verzweifelt zugleich, denn ich hatte plötzlich das Gefühl, egal wie sehr wir uns bemühten, interessantes Theater zu machen, uns fehlte eine Dimension, und zwar die der räumlichen und geistigen Weite, kurz Freiheit genannt. Ich ahnte zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass diese Freiheit in der sogenannten freien Welt leider zu selten genutzt wurde, um große, beeindruckende Kunst zu machen. Und mir war nicht klar, dass unser sich wehren müssen auch interessante Kunstformen hervorgebracht hat. Alles, was jetzt folgte, hatte nichts mehr mit Kampf zu tun. Wir wurden, wenn wir wollten, neu eingekleidet, natürlich aus dem Bestand der DDR-Modehäuser. Ich entschied mich für meine Sachen, die ich seit Monaten nicht mehr angehabt hatte und die mir somit beinahe neu erschienen. Außerdem überlagerte die Angst vor dem beinahe erreichten Ziel jegliches modisches Interesse. Wir wurden an einem sonnigen Tag in den Innenhof gebracht, in dem zwei Westbusse auf uns warteten. Die Szenen, die sich da abspielten, überschatteten jede eventuell aufkommende Freude. Ehepaare, die sich seit Jahren nicht gesehen hatten, deren Kinder entweder zwangsadoptiert oder bei Verwandten untergekommen waren, fielen sich weinend in die Arme. Die Busse setzten sich in Bewegung in Richtung Westen. Vorbei an Weimar, an Erfurt, an den Dreigleichen, an der Wartburg. Vorbei an allem, was mir vertraut war. Ich habe die gesamte Fahrt über geweint. Ich hätte gerne mit meinem Freund Rainer getauscht, ihm meinen Platz in diesem Bus geschenkt. Bei einem kurzen Stopp stieg Dr. Vogel in unseren Bus. Er beglückwünschte uns zu unserem Erfolg und bat uns, beim Überqueren der Grenze ruhig zu bleiben und nicht wie andere vor uns das Deutschlandlied zu singen. Nein, das war kein Witz. Derartige Ausschreitungen hatte es tatsächlich gegeben und auch in unserem Bus fingen einige beim Überqueren der Grenze an, diesen bedeutungsschwangeren Hit zu grölen. Während des entschusses sind es nicht, man muss mich selbstمSE. Und deshalb wird das Thema Besonderes bilden